Hi zusammen, ich komme gerade aus Irland, weil ich dort glücklicherweise eine kleine Gastrolle in einer zukünftigen Disney-Serie spielen durfte. Mehr dazu gibt es im Sommer. Und ja, ich bin dann wieder sehr schwach geworden bei den ausländischen Produkten, habe mehr dazu gegriffen, als ich wollte. Vor allen Dingen im Bereich matte Creme-Lippenstifte. Ich beginne aber mit den Sachen, die ich am Londoner Flughafen ergattert habe. Da habe ich nämlich, weil ich ein Ted Baker-Fan bin, direkt mal so ein Riesenteil mir gegönnt. Das ist ein Handgepäckskoffer, leider nur mit zwei Rollen, mit so einem ausverwärmten Zugriff. Und ja, den fand ich voll schmieke vom Design. Das ist deren aktuelle Kollektion. Und ich war sozusagen unzufrieden mit meinem Handgepäckstrolley immer, weil ich den mega hässlich fand und so. Und bin jetzt glücklich, dass ich so ein hübsches Ding habe. Dann habe ich mir noch was von Ted Baker geholt, nämlich eine Schminktasche in diesem leuchtendem, fast koralligen Rot mit dieser goldenen Schleife. Von innen einfach nur Rot auch. Und dort packe ich jetzt all die Sachen rein, die ich euch jetzt schminktechnisch zeigen werde. Nämlich vor allen Dingen einen ganzen Batzen von diesen Bourjois-Cremelippenstiften mit dem matten Finish. So viele Farben. Weil ich konnte mich echt nicht entscheiden. Weil, also auf der Hand geswatcht waren die, wirkten die Farben wieder anders als auf den Lippen geswatcht. Und ich gehe die Farben mal durch, für die ich mich entschieden habe. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen den Finishes. Es gibt zum Beispiel die Sheer Matten, die sind transparent. Das sind die in der, die heißen Rouge Edition Soufflé de Velvet. Und die anderen heißen einfach nur Velvet. Und Soufflé de Velvet, die sind ein bisschen transparenter vom Finish her, was ich nicht ganz so gerne mag. Aber wahrscheinlich sehr gut in den Frühling und Sommer passt. Und davon habe ich die Farbe Nummer 06 Cherry Leaders. Und die anderen Cremelippenstifte sind aber alle komplett deckend. Und die haben eine richtig geile Textur, wie so ein Mousse. Und, ähm, ja, legen sich sehr... Also ich will jetzt nicht zu viel reviewen. Ich habe schon von allen Produkten, die ich euch zeigen möchte, einen ziemlich guten Eindruck. Aber das wird es dann in meinen monatlichen Favoriten geben. Ich glaube, das wird das übernächste Video werden. Und, ja, hier habe ich mich entschieden für die Farben. Nummer 12. Ich dachte, das ist eher so eine bräunliche Farbe. Aber auf meinen Lippen kommt die schon so rotbräunlich raus. Das wäre so eine typische Bürojobsfarbe, sage ich mal. Und, ähm, ja, gefällt mir jetzt nicht so. Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem Favoritenvideo. Dann habe ich die Farbe, die ist ganz schön Don't Pinker, wird die Nummer 10. Und das ist eher so ein Rosenholzton Pink. Ein bisschen kräftiger, nicht so blass, wie man denkt. Und dann habe ich noch so ein, ähm, ja, leuchtendes Pink. Die Farbe nennt sich Ole Flamingo. Nummer 05 ist das. Auch sehr schön jetzt für den Frühling und Sommer. Und mein absoluter Favorit von all diesen Farben ist, ähm, die Farbe 17 Cool Brown. Sieht halt, ähm, eher so, geht eher so in die Richtung, wie Kylie Jenner den Lippenstift tragen würde. Also so ein bräunliches Nude. Und das hat mir sehr gut gefallen und ist mein absoluter Liebling und trage ich auch gerade auf den Lippen übrigens. Und dann habe ich auch noch von Revlon, gab es auch noch eine Reihe von, ähm, Cremelippenstiften, die ein ultra cooles Design haben von der Verpackung her. Auch so ein, ähm, matter Glastiegel. Und da habe ich auch zum Nude-Ton gegriffen. Der heißt hier... Wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Weiß nicht. Auf jeden Fall der Nude-Ton und dann die, die pinke Farbe. Die beiden habe ich mich entschieden, aber ich kann euch auch schon vor der, vor dem Favoriten-Video verraten, dass ich die von Bourjois auf jeden Fall besser finde, von der Qualität her. Und sind auch noch ein bisschen günstiger, glaube ich. Dann habe ich ein bisschen tief in die Tasche gegriffen. Ich habe einen, äh, ja, neuen Real Techniques-Pinsel mir gegönnt von den Pixie-Woo-Schwestern, die ja auch diesen legendären, kann man ja schon sagen, Make-Up-Tutorial-Kanal haben. Ähm, ich verfolge die schon seit 6, 7, 7 Jahren und sind immer noch meine Favorite-Schmink-Trollers hier auf YouTube. Und die haben von ihren Real Techniques-Brushes jetzt neue rausgebracht, und zwar die Bold Metals Edition. Die, ähm, nicht nur sehr hochwertig aussehen, sondern dementsprechend auch, äh, ja, von der Preisklasse her ansiedeln. Und ich wollte ja die ganze Zeit wieder so einen Rouge-Pinsel haben, der so, ähm, ja, so ein bisschen kleiner ist und, äh, spitz zulaufend ist. Und davon haben die auch einen. Und da musste ich ein bisschen mit mir kämpfen am Regal, aber ich habe dann nachgegeben. Und jetzt habe ich ihn die Nummer 300 Tapered Brush. Tapered Blush, genau. Blush-Brush. Und den benutze ich jetzt für Rouge und für Highlight. Und der ist so schön. Der liegt auch richtig schwer in der Hand. Also, also für den Pinsel, finde ich. Und, ha, in diesem wunderschönen Metallic-Bronze-Look. Und der Pinsel selber ist auch, äh, unten leicht rosa gefärbt. Und, ja, der ist wunderschön. Und ich habe ja so ein totales Ding für Pinsel. Deswegen habe ich mir den jetzt gegönnt. Und ich glaube, der kostet umgerechnet 25 Euro. Äh, also MAC Cosmetics-Preis. Klasse. Aber ich bereue es nicht bis jetzt. Dann habe ich mein allererstes Narsch-Narsch-Arsch-Produkt. Nein, mein allererstes Narsch-Produkt gekauft. Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich das allererste Make-Up-Gedöns, was ich von Narsch habe. Und zwar habe ich mir einen Rouge geholt. Ja. Und ich freue mich sehr darüber. Es ist nicht Orgasm oder, wie heißt die andere vulgäre Farbe, Deep Throat oder so. Es ist die Farbe Deutsche Vita. Ich glaube, es ist die dunkelste von allen Nars-Blushes. Und das ist dieser schöne, dunkle, ja, ein dunkler Rosenholz-Ton. Finde ich sehr schön rosig und frisch auf den Wangen. Trage ich auch heute. Ich weiß nicht, ob man was davon sehen kann. Ja, die dunkelste Farbe von allen vom Finish her. Jetzt sieht es leicht schimmernd aus. Ich muss nochmal testen. Ich habe es ja relativ neu. Ist aber doch eher matt auf der Haut. Ich glaube, die oberste Schicht sieht nur leicht schimmrig aus, weil der Tester, der war komplett matt. Und ja, die Farbe Deutsche Vita finde ich total schön und ist mega krass pigmentiert. Und ja, mehr dazu in dem Favoritenvideo. Ich schweife aus, ich schweife aus. Dann bin ich auch eine totale Spätzünderin, was den Mary Luminizer angeht. Und ich war aber jetzt auf der Suche nach einem guten Puder-Highlighter, der richtig schön, ja, hier so richtig schön glänzt. Nicht strobing-mäßig. Strobing ist für meinen Geschmack ein bisschen too much. So Kim Kardashian-Highlighter bis zum Mondstyle. Aber ich habe jetzt auch mal zu dem Mary Luminizer gegriffen, weil es den Dior Ember Diamond leider nicht mehr gibt. Und falls ihr den nicht kennt, der ist von der Marke The Born. Gibt es auch online. Genau, alle Produkte, die ich euch hier zeige. Ich werde mal gucken, dass ich die online finde für euch. Und dann die Links dazu direkt in die Infobox setzen. Also falls ihr die nachkaufen wollt, könnt ihr da mal reinschauen. Und zwar ist es eher so ein goldstichiger Highlighter-Ton und eine ganze Menge Produkt in diesem Fähnchen. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Und dann habe ich mir geholt, man hat mir im MAC Pro Store hier in Köln gesagt, dass der Lip Liner Stone von MAC aus dem Sortiment genommen wurde. Und jetzt am Flughafen in London gab es den aber noch. Deswegen habe ich da direkt zugegriffen, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Ist, werde ich als Lippenstift benutzen, ist so ein taupe, ja gräulich-bräunlicher, matter Ton. Und ja, finde ich auch voll cool. Ich stehe ja generell auf graue und lilane Lippenstifte. Und ja, deswegen habe ich mir den da geholt. War auch dann auch günstiger dort, duty-free-mäßig. Dann habe ich mir auch noch in der Drogerie in Irland im Boots, glaube ich auch, geholt noch einen Concealer. Weil ich wollte noch einen testen, den es nicht in Deutschland gab. Und zwar so einen flüssigen in dieser Applikator-Form, weil ich einfach den Auftrag davon sehr gerne mag und dass man sehr viel drauf batschen kann. Ob ich damit zufrieden bin oder nicht, erwartet ihr dann auch im Favoriten-Video. Dann war ich, ach nee, das kann ich euch auch noch zeigen. Das war auch im Boots und der Superdrug, ich weiß es nicht. Diese Mitch, ähm, Mitchum, werden die so genannt? Deos. Und zwar, das Besondere ist, dass die ein Deo haben, was nach Babypuder riecht. Ein bisschen frischer. Und das ist das hier, dieses Rosane, Powder Fresh nennt sich das. Und in Amerika gab es keine Zerstäuber. Und hier gab es so Deos zum Sprühen und da fällt eins runter. Dann habe ich mir noch geholt Pure Fresh. So 48 Stunden halten. Pure Fresh riecht ein bisschen fruchtiger. Ein bisschen sommerlicher der Geruch, deswegen habe ich zu den Griffen, weil ja die Sonnenstrahlen endlich rauskommen und man da jetzt schon, obwohl es Frühling ist, schon in Sommerlaune gerät und duftmäßig. Dann habe ich mir auch noch im Boots geholt einen Conditioner, weil ich meine Spülung vergessen habe und ich habe mich entschieden für die Marke Mark Hill. Die kenne ich gar nicht. Und da gab es eine Spülung, die parabenefrei ist und ein Mix ist aus verschiedenen Fruchtölen. Da steht jetzt drauf, 14 Essential Oils. Aus tausend verschiedenen Sachen. Auf jeden Fall habe ich auch schon ein paar Mal benutzt, getestet und kann ich auch was zu sagen in meinem nächsten Favoriten-Video. Ich finde es auf jeden Fall gut. Dann war ich im TK-Mix im Irland, also die UK-Version davon. Da gab es ein bisschen mehr Auswahl, hatte ich zumindest das Gefühl. Da habe ich mir in Deutschland schon geholt ein paar Produkte von Christian Breton. Auf jeden Fall eine Paris-Marke. Die ist auch preismäßig total im High-End-Bereich und relativ teuer. Und bei TK-Mix gibt es so Sets, die relativ günstig sind. Zum Beispiel diese fette Creme und dieses Peeling haben zusammen, glaube ich, nur 16 Pfund gekostet oder so. Und normalerweise würde eine Creme schon 50 Euro kosten. Und ja, die ist sehr, sehr reichhaltig. Ist aber auch so eine, ich glaube, für reifere Haut, also so antifaltenmäßig drauf. Antifaltenmäßig drauf. Und das Peeling. Das habe ich mir geholt, weil es einfach sich anbot, weil ich auch mit meiner letzten Creme nicht zufrieden war, was die Feuchtigkeitspflege anging. Dann habe ich mir eine Tasche geholt, die ich ganz gut fand. Ich wollte schon immer mal eine Transparente haben. Und das sollte aber auch eine sein, damit es nicht, damit es ein bisschen diebstahlsicherer ist, die vorne direkt am Körper anliegt. Also kein Rucksack oder so. Wo man, wo keiner einfach ungesehen dran greifen kann. Und deswegen habe ich mir diese hier geholt. Die hat auch so eine schöne Kette. Und das ist so eine, die ist so schwarz-transparent. Und ihr seht, dass ich aus dem Hotel den Kaffee mitgenommen habe. Und das ist die Marke, und ich erinnere mich gerade damit, Kavilla. Kurt Geiger. Kenn ich nicht. Fand ich auf jeden Fall schön. Auch die Farbe fand ich, ja, sehr, sehr, nicht color-bluffig, sondern pop-off-color-mäßig, wie man das so sagt in der Mode- oder Make-up-Branche. Dann habe ich mir dort noch einen Regenschirm geholt, weil dort hat es die ganze Zeit geschüttet. Und dann immer, es war so extrem wechselhaft. Entweder es hat geschüttet oder die Sonne schien. Dann war es wieder windig, dann war es wieder grau, dann war es wieder blau. Auf jeden Fall hat es alle zwei Minuten geregnet. Ja, deswegen, ich hatte natürlich meinen Regenschirm auch vergessen, deswegen musste ich einen kaufen. So, ich glaube, das war es aus dem Tiki Mix. Dann habe ich mir bei River Island, ich war ziemlich enttäuscht, weil ich früher River Island ziemlich gefeiert habe. So von den Online-Hauls. Und jetzt, wo ich da selber war, habe ich nichts gefunden, bis auf diese Sonnenbrille, auf der Herrenabteilung allerdings. Und die ist so von der Form her, wie diese ganzen Ray-Bans, aber was ich geil finde, ist, dass sie komplett in Metall ist. Also im Metallic-Look auch der Rahmen. Und das fand ich ganz fisch und deswegen habe ich mir die mitgeholt. Ja, die habe ich mir geholt. Dann habe ich mir auch noch Haargummis geholt. Das war jetzt aber auch beim Boots, weil ich keine Haargummis dabei hatte. Und die sind aber jetzt so in einem Metallic-Look. Das fand ich ganz cool. Bronze, Silber und Schwarz. Und ja, fand ich ganz deutsch. Dann, genau, bei Tiki Mix noch. Sorry, dass es so durcheinander ist. Dann bei Tiki Mix noch. Ich hatte, ich bin ja gerade mitten in den Dreharbeiten für die eigene Serie, die ich selber produziere. Mystery-Thriller-Serie. Demnächst gibt es mehr. Ich darf rein vertraglich noch nichts offiziell namentlich darüber sagen. Aber eine unserer Hauptdarstellerinnen hatte die ganze Zeit so ein Tee-Gefäß mit. Und das ist jetzt nichts für Tee, sondern für Vitaminwasser. Das heißt, das ist so ein Getränke-Dingsbums. Da könnt ihr in der Mitte, da ist so ein separates Teil, da könnt ihr geschnittene Früchte reintun. Und dann den Rest mit Wasser auffüllen und dann könnt ihr immer, seid ihr immer, ja, hydrated. Und das ist auch auslauffest. Also gerade ist da Ingwer drin und ein bisschen Wasser noch. Und das kann man auch so in die Tasche tun. Das Einzige, was ein bisschen gleich negativ auffällt, ist, dass die relativ schwer ist. Also schwer zu transportieren. Aber ich kann euch sagen, obwohl ich die erst seit kurzem habe, dass ich seitdem viel mehr trinke. Ich trinke nämlich viel zu wenig und ich denke, viele von euch teilen das gleiche Problem mit mir. Und seit ich das Ding habe, bin ich auf jeden Fall, weil es auch so hübsch ist und so. Und es irgendwie Spaß macht, die Früchte reinzutun und das mit Wasser aufzufüllen, bin ich die ganze Zeit am Saufen. Und das ist ja sehr, sehr gut. Und ja, falls ihr auch irgendwie euch selber austricksen wollt, was das Trinken angeht, dann solltet ihr vielleicht euch auch sowas zulegen. Ich will auf jeden Fall nicht mehr drauf verzichten und das Trinken macht so mehr Spaß, auch wenn sie es total verrückt anhört, aber es funktioniert. Dann nicht in Irland geholt oder in London, sondern in, wo war denn das? Berlin Flughafen? Ja, ich glaube schon. Ich habe mir ein richtig schniekes Parfüm gegönnt. Das ist schon ein bisschen was her und das ist das Sea Parfüm. Allerdings nicht das reguläre, sondern die Edition Rose Signature. Und da sieht die Verpackung nochmal so aus mit diesem Stoffband drumherum. Und vom Geruch her ist es, glaube ich, ein bisschen süßlicher, aber nicht süßlich, äh, eklig, süßigkeitenmäßig zu süß, sondern süß, aber trotzdem frisch. Sehr, sehr geil. Hat mir persönlich besser gefallen als der reguläre Duft, diese Edition. Und ich liebe es, ich liebe es. Ich habe es heute auch noch gar nicht aufgetragen. Aber deswegen kommt da ein bisschen was drauf. Und ich habe das Gefühl, es hat mir den Mund gesprüht. Dann, als nächstes, wird euch auf jeden Fall noch was Haul-mäßiges, Exklusives erwarten. Nämlich, ich war ja in Tokio, mein Leben ist drum, ne? Und da habe ich unendlich viel geshoppt, weil da alles kawaii ist und ich an nichts vorbeigehen konnte. Unter anderem, ja, dieses Hello Kitty Beauty Powder oder hier so ein Eos Lip Balm im Sanrio Stil mit diesen süßen Charakteren. Und das war noch lange nicht alles. Also im nächsten Haul-Video werde ich euch alles aus Japan zeigen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ihr könnt euch darauf schon mal vorbereiten mental. Ich habe nämlich hier das Follow-me-around von einem der vielen Shopping-Tage. Da könnt ihr auch zusehen, wie ich komplett ausraste. Gerade, weil es da auch Sailor-Mund-Schminke gibt. Unglaublich, aber wahr. Und ansonsten seht ihr hier drunter noch ein weiteres Video von mir, wo ich auch auf eine Verlosung hindeute, wo ich auch ein Reload-Labs, ne, zwei davon verlose, beziehungsweise fünf Sets. Guckt es euch hier an. Ja, ich wünsche euch dabei viel Glück, wenn ihr da mitmachen möchtet. Und ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Und ich freue mich über eure Kommentare. Und sage immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.